Hallo so Leute zu einer weiteren Folge MarioCut 8 Deluxe. Heute mit Manu, Famu und dem Neu. Und dem Yush. Und dem Yush, hallo, ja, hey, das bin ich. So. Ich bin der Yush. Mir ist immer noch tierisch warm, ich bin so froh, wenn die Folge rauskommt, so 15 Grad oder so. Ich stell mir das gerade vor, das ist super. Ach ja, Foxys Lücke. Wir trauern heute, wir trauern heute um Foxy. Wir freuen uns, dass endlich mal noch die F-Zero Strecke drankommt. Nice. Ist halt schon eigentlich ne ganz okaye Strecke. Ist schon ziemlich okay. Ich find die halt immer noch scheiß. Ich fahr jetzt meinen Mi. Was? Leider kann man den Afro nicht sehen. Was war das denn für ein Boost-Start? Ich lenke nach rechts und den Boost bleibt einfach im Boden stecken. Oh no, was ist los? Ich bin gut geworden. Nein, war nur ein Spaß. Oh Gott. Ich hab ne Kurbel mich verschätzt. Und kommt ja erst jetzt. Wow, wow. Hauptsache, ich schieße das Ding los. Farmo sehe ich auf einmal neben mir. Und auf einmal fliegt Farmo weg. Das Ding Power ist strong. Hey Neo. Schönen Dank du Arsch. Hey Neo. Nimm dich mal. Junge, was bitte los? Alter. Lass mal schön die Bande mitnehmen. Nein! Nicht voll aus der Map. Boah, das war jetzt ungefähr die schlechteste Kurvenkombi, die ich je gefahren bin. Oh! Oh! Mann! Boah, ich bin wieder furiose Items, ey. Da gibt's nicht so viele Blaue. Ich find das so schöner. Das geht mir halt hier schon. Sack. Komm, Boost! 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 Ich booste jetzt weg! Die holt mich nicht ein! Alles klar! Wie weit ich halt jetzt schon weg bin. Ja, denk auf! Finde ich das vernünftig? Jo, die Blaue hat ne Rode zerstört. Oh! Das ist doch mal was Vernünftiges hier. Wie viele Rode kommen jetzt, ja? Ey! Ich bin letzter mit so viel Abstand und bekomm nur 13. Nein! Nein, Neo! Ne, Farmo. Was ist das? Ja, er sagt nein, Farmo und düst mit ner Rakete da durch. Was ist das denn für eins? Ist das dein Ernst? Nur ne Rakete! Ja! Ist das dein Ernst? Mensch, Farmo! Das ist ja voll unfair, was du hier machst! Zwei Raketen in ner halben Runde. Find ich gar nicht gut. In ner Viertelrunde. Mega mies! Find ich überhaupt nicht gut, wenn ich mal ehrlich bin. Die eine F-Zero-Map, jetzt die andere. Ich finde, der macht seinen Ausflug in den Wasserpark. Schöne Map war einfach. Na, da waren wir auch lange nicht mehr. Im Wasserpark? Ja. Das stimmt. Oder Toshavenstadt. Waren wir, glaub ich, auch lange nicht mehr. Ich glaub, ich bin im Streamen ein paar Mal gefahren. Aber so? Ja. Oh! Auch wieder zu viel. Ist auch schon ein paar Tage her. Ach, was das für ne Session! Das ist nur die ganze Zeit so entspannte Musik und so auf dem Laps, die wir fahren. Falt die Klappe. Wässt du? Das ist komplett gegen dem, wie eigentlich die Session verläuft. So eigentlich die ganze Zeit so, boah scheiß Internet, scheiß D-Sync. Und dann kommt die ganze Zeit so, la 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 la. So irgendwie keine entspannte Musik. Oh, deine scheiß rote, äh grüne. Ohne Witz. Hab ich die schon wieder gesnipet? Ja. Die ist ganz knapp an mir vorbeigeflogen. Was ist denn heute mit meinen grünen los? Ja und nochmal ne grünen. Ein bisschen. Irgendwie zieht man mir die Dinger heute an. Hast du da Platz? Was? Ja, einfach mal. Alter. Nice try. Oh Gott, die Kurve war ein bisschen zu früh angedriftet. Boah, ich hab gerade kurz überlegt. Dankeschön. Dann werf ich die rote nach vorne und dann behalte ich sie erstmal noch am Arsch. Das behalten am Arsch war glaube ich gar nicht mal so schlecht. Komm jetzt. Das war aber ein schön hoher Flug. Uh ha, uh ha, boomerang. Hä, was ist denn grad los? Ohhhh. War da das grün? Was ist denn grad los? Manu. Ha, ha, grün. Hu, ha, ha. Oh ja. Manu, du sollst nicht so fest würgen, dass er grün wird. Ach komm schon. Oh, rot. Was soll ich mit dem scheiß Geist machen? Gib mir doch mal ne Rakete. Ja, der Raketenboy da hinten. Oh, Mensch. Was soll ich mit dem Geist? Ich brauch lieber ne zehnte Rakete diese Session. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Oh, der Zug. Alter, Manu on the run zum Negativ-Record. Ja, Manu ist mega scheiße. Der Afro hält zu sehr auf. Hey, ich fliege auf die Map. Was soll das denn? Ich werd immer noch Big Blue fahren. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ja, und ich hör grad, Manu stellt seinen Mi wieder raus. Ja. Und Baby Park. Jo, erstmal für Save Points sorgen. Schon ja klar so. Oh nein, ich darf nicht diesen Negativ-Record einstellen. Ich muss Baby Park wählen. Ja, das ist halt echt so. Ich kann doch nicht mit Mr. Mr. Nightfox und dann Neo da den letzten Platz haben. Das geht doch nicht. Oh doch, das geht sehr gut. Aber Foxy muss man halt hoch anrechnen, dass er die wenigste Erfahrung mit 200 CC hat. Ich hatte damals auch die wenigsten Erfahrungen damit. Damals hatten wir gleich viel Erfahrung und dadurch war die Differenz irrelevant. Du warst trotzdem immer Erster hier, Josh. Du bist immer ruhig. Ich bin gar nicht mehr so viel Erster. Du warst früher auch Erster. Also, Zarge drückt schon gut rein. Ja, okay. Das muss man halt nicht mal sagen. Gut, dass die Roten so Ewigkeiten brauchen. Dann kannst du noch eine Münze einsetzen, bevor du dann die Banane ziehst. Mann, ey, scheiße. Wie hat man das hier nochmal gelernt? Wie hat man das hier nochmal gelernt? Wie hat man das hier nochmal gelernt? Ah, komm schon. Hi Neo. Moin Ach komm schon Warte ab Warte ab Na hast Glück gehabt, dass ich die Pilze Zuerst hab hier Ich fang erstmal eine Rolle Fang hier gar nichts Nein, was tu ich da Nein, dann hab ich auch noch einen Pilz Ich hab mein Item eingesetzt Boah, ja klar Nein, ich hab kein Item bekommen Genau das, was ich vermeiden wollte Oh, hat er Hat er sich den dritten geholt mit seinem Schein Geil Immerhin schon mal jetzt kein Negativrekord So red ich sonst immer Ja Neo, wie fühlst du es hier an Hier vorne, also ich weiß das ja Die Luft ist deutlich besser Komm, mach mal Party Mach mal Party auf der Partystraße Nee Heute nicht Jetzt kommt wieder Yoshi teil Ja Neo, sehr gut Okay, damit kann ich leben Neo Einzige Strecke, die ich sehr gut kann sogar Nein, eigentlich nicht Ah, lovely Danke Farmo Bitteschön Yoshi gewinnt eh Wenn ich Zweiter bleib, wäre das schon ein Traum Wie willst du nicht Zweiter werden? Du hast sechs Punkte Vorsprung Und man kann vier Punkte aufholen Ich kann stehen bleiben Ich kann stehen bleiben Nein, dann kriegst du ein Disconnect Dann fahr ich halt rückwärts Anni, dann krieg ich auch ein Disconnect Ach, schade Yoshi, wollen wir zusammen Erster werden? Ähm Werd mal Letzter und ich Erster Nee, nee, da ist es ja schon mal nicht mehr gemeinsam Freundchen Mathe war nicht deine Stärke, oder? Und seit wann kriegt man als erstes Item eine rote? Ich hab noch nie eine rote als erstes Item bekommen Oh wow, leck Ja, es ist ja jetzt auch nicht mehr furios, sondern offiziell Alter, krass Ich will die offiziellen Items behalten Ja, find ich auch spannend, ne? Wird aber, ich freu mich dann aufs Tagesfluchen Wenn ich mich schon so ärgern über den Scheiß Dann darf er sich noch mehr ärgern Auf den ganzen blauen Auf den ganzen blauen Huh, Manu ist abgekürzt Jetzt nichts Yoshi hat mich wieder überholt Ah, der Soundtrack der Map ist geil Yoshi Letzter und ich Erster Es würde reichen, wenn du Erster, ich Zweiter wär, ne? Für dich Für den Geteilten Hier wird nichts geteilt Na, dann kannst du mich mal Okay, wir teilen uns den erst Nein, zu spät Aber wir teilen uns doch Ich will doch auch mal Erster werden wieder seit dem Unfall Seit jenem Abend Und es geschah in jener Nacht TADAAA! Oh, da versuchts, Danny. Oh, da krieg ich mit der Roden. Zack. Tja, ich glaub, die Chance ist vertan. Ja. Wie viel war zwischen Manu und Farmo? Das hab ich jetzt nicht im Kopf. War's ein oder zwei Punkte? Oh, das ist bitter. Oh, du hast bei Beileid. Nein, will ich nicht, ganz ehrlich. Neo kriegt Glückwünsche von mir. Wirklich von mir nicht. Von mir auch nicht. Solide Sache, ja. Ich wünsche allen Zuschauern einen schönen Resttag und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschüüüüü. Tschüüüüß.